So wie auf diesem Bild kann die Theke eines Bäckers gute 20 Minuten vor Ladenschluss aussehen. Der Großteil davon wird entsorgt und das ist kein Einzelfall, das wiederholt sich tausendfach alleine in Deutschland und auch das jeden Tag. Warum das ein großes Problem ist, wie du unter anderem mit einer Handy-App etwas dagegen unternehmen und sogar noch Geld sparen kannst, darum geht es in diesem Video. Ich habe nämlich Too Good To Go mehr als eineinhalb Jahre lang selbst ausprobiert und erkläre dir die Funktionen der App sowie meine Erfahrungen damit im Alltag. Und damit herzlich willkommen zu U-Labs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Allein im Jahr 2020 wurden in Deutschland rund 11 Millionen Tonnen an Lebensmitteln entsorgt. Diese Zahl stammt offiziell vom Statistischen Bundesamt und bezieht sich auf die gesamte Lebensmittelversorgungskette, also vom Landwirt bis hin zu uns als Konsument im Kühlschrank und auf dem Teller. Dafür gibt es verschiedene Gründe, bei Gemüse zum Beispiel reicht schon eine untypische Form, damit es gar nicht erst im Supermarkt landet. Teilweise sind es auch ganz banale Dinge, zum Beispiel ändert der Hersteller sein Logo oder andere Teile der Verpackung und möchte aus Imagegründen die alte Verpackung eines Produktes nicht mehr im Regal sehen, die wird dann eben entsorgt, obwohl der Inhalt, also das Lebensmittel, überhaupt keinen Schaden hat. Eine der Hauptursachen ist aber unsere heutige Überflussgesellschaft. Nahezu jeder Betrieb, von der Gaststätte bis hin zum Supermarkt, der im Lebensmittelbereich tätig ist, der produziert mehr als nötig. Das wird mit einkalkuliert, da man ja die exakte Nachfrage, wie viele Menschen jetzt in ein Restaurant oder in ein Bäcker kommen, nicht kennt. Dazu erwarten einige Kunden, dass sie auch kurz vor Ladenschluss noch eine große Auswahl vorfinden. Global ist das noch gravierender. Hier gibt es nur Schätzungen. Selbst bei den eher Konservativen sind wir bei knapp einer Milliarde Tonnen Lebensmittel, die jedes Jahr weggeschmissen werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sind das beides total ungreifbare Zahlen. Wenn wir die 11 Tonnen in Deutschland mal runterrechnen, entsprechen das rund 21 Tonnen Abfälle pro Minute. Bei diesen großen 40 Tonnen LKWs, die unter anderem auch Supermärkte beliefern, beträgt die maximale Zuladung etwa 25 Tonnen. Als grobe Faustformel wird also ungefähr jede Minute ein solcher LKW voll mit Lebensmitteln in Deutschland entsorgt. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Seit Beginn des Videos sind wir übrigens schon beim zweiten LKW. Ein Großteil aller produzierten Lebensmittel wird entsorgt. Jetzt denkt man sich vielleicht, okay, das ist viel, aber wir haben doch alle genug. Die Supermärkte sind voll, wo ist also das Problem? Da sehe ich gleich drei Probleme. Das erste ist der Preis. Jeder Kaufmann berechnet in seinen Verkaufspreis mit ein, dass er einen Teil der Produkte nicht verkaufen kann. Und da überschüssige Lebensmittel immer noch oft weggeworfen werden, kommt sogar noch die Entsorgung als Kostenpunkt obendrauf. In dem finanziellen Aspekt hat so ein Lebensmittel ja während der Produktion auch viele Ressourcen benötigt. Eine Pflanze muss bewässert werden, geerntet, die Früchte gereinigt, eventuell noch Zubereitung und am Schluss natürlich die Transportwege. Diese Arbeit und Energie ist nicht nur verloren, wenn wir das Lebensmittel wegschmeißen. Es kommen nochmal Ressourcen für die Entsorgung dazu. Unabhängig vom Klimawandel verbrauchen wir derzeit Ressourcen für 1,7 Planeten, als der Planet auf Dauer wieder neu generieren kann. Der letzte Punkt ist eher ein moralischer. Weltweit haben hunderte Millionen Menschen zu wenig Nahrung. Und man muss gar nicht auf die Welt oder ins Ausland schauen. 2022 litten alleine in Deutschland 13,8 Millionen Menschen unter Armut. Auf der einen Seite haben also Menschen Probleme, ihren nächsten Supermarkteinkauf zu bezahlen. Und auf der anderen werden regelmäßig mehrere Millionen Tonnen essbarer Lebensmittel weggeschmissen. Diese Probleme werden immer mehr Menschen bewusst und so gibt es auch Lösungen. Betriebe können sich bei Too Good To Go anmelden, um eine oder mehrere Überraschungstüten auf Englisch Magic Bags anzubieten. Jeder Betrieb gibt dazu in der App ein Zeitfenster vor, oft abends kurz vor Betriebsschluss, teilweise aber auch früher, zum Beispiel am späteren Vormittag, wenn ein Hotel sein Buffet abbaut oder nachmittags für die Reste des Tagesgerichtes eines Restaurants. Die Reservierung ist oft bis kurz vor Beginn des Abholzeitfensters möglich, vereinzelt endet sie auch schon früher. Nach der Bezahlung wartet man, bis das Abholzeitfenster beginnt, geht dann in das Geschäft, zeigt dort die Reservierung, wischt einen Schieberegler in der App nach rechts. Damit wird dann die Abholung bestätigt und man erhält im Gegenzug seine Tüte, die der Betrieb mit übrigen Lebensmitteln gefüllt hat. Je nach Betrieb bekommt ihr wirklich eine fertige Tüte. Teilweise ist das aber auch eher symbolisch gemeint. Ihr solltet am besten passende Gefäße für das jeweilige Produkt mitbringen. Beim Buffet zum Beispiel bieten sich solche Festspardosen an, beim Bäcker eher die Tüten. Es gibt einige Dinge, die je nach Geschäft und Angebot variieren, darunter auch die Preise. Bei mir im näheren Umkreis liegen sie im Bereich von etwa 3 bis 6 Euro. Der Warenwert, den man dort erhält, der soll ungefähr dreimal höher sein. Also ihr bezahlt zum Beispiel 3 Euro und bekommt Waren im Wert von ungefähr 9 Euro. 66% Ersparnis sind schon mal nicht schlecht, die gibt es auch im Supermarkt nicht alle Tage, dazu später noch mehr. Bei mir gibt es vor allem Bäcker, aber auch Tankstellen und Cafés, die dort übrige Snacks oder Kuchen zum Beispiel verkaufen. Recht neu ist bei mir ein Supermarkt, der hat sogar mehrere Gruppen von Tüten, wo man dann zum Beispiel in der einen Tüte Kühlprodukte, also aus der Kühltheke bekommt. In der anderen ist es Obst und Gemüse, sodass man das ein bisschen einschätzen kann, was man da bekommt. Aber auch das ist immer nur eine grobe Richtung. Man kann am Name und Konzept sich schon denken, dass man eben nicht genau weiß, was jetzt in der Tüte drin sein wird. Meiner Erfahrung nach hängt es von mehreren Faktoren ab. Am offensichtlichsten ist natürlich das, was der Betrieb gerade übrig hat. Verkauft der Bäcker heute viele Brötchen und wenig Brezeln als Beispiel, dann wird er euch wohl mehr Brezeln als Brötchen in die Tüte packen. An anderen Tagen ist vielleicht eher Süßes enthalten, gelegentlich gibt es dann auch mal verpackten Kuchen, der sich länger hält. Aber auch das Personal hat eine entscheidende Rolle. Manche denken mit und packen bevorzugt frische Produkte, wie zum Beispiel belegte Brötchen ein, die in jedem Fall entsorgt werden. Bei anderen findet man eher reine Brotsorten oder Brötchen in der Tüte, die vielleicht noch anderweitig verwertet werden könnten. Mit verschiedenen Filialen, Mitarbeitern und ja auch unterschiedlichen Waren, die jeden Tag übrig sind, variiert das über die Zeit. Beim Bäcker zum Beispiel hatte ich in den Tüten schon verschiedene Brotsorten, Baguette, Hörnchen, Brötchen vom Kaiserbrötchen bis hin zu Körner und Dinkelwecken, Brezeln, Laugenwecken, Laugenstangen, aber auch süße Dinge mal, wie zum Beispiel Donuts, Plunder, Schnecken, Berliner, Apfeltaschen, Amerikaner, verschiedene Kuchen. Dann die eben schon erwähnten frisch zubereiteten Produkte, darunter Brotschnitten und Brötchen mit verschiedenen Belag, Käse, Mozzarella, Schinken, Salami, Schnitzel und so weiter. Hier gibt es auch eine Art Mini-Supermarkt in einer Tankstellenkette. Die haben zum Beispiel Laugenstangen, Laugendreiecke mit Gurke belegt, Butterbrezeln, verschiedene belegte Brötchen, auch da gibt es an Belag zum Beispiel Hähnchen, Schinken, Käse, Salami, Lachs und so weiter. Dann Brezeln mit und ohne Butter, Geflügelstangen, Croissants mit Schinken oder mit Schokocreme gefüllt, Mettbrötchen. Vereinzelt wurden auch Produkte außerhalb der Frischetheke hinzugefügt, zum Beispiel Kartoffelchips oder Schokolade, die bald abläuft. Zu Ostern gab es dann sogar verschiedene Marken Ostereier, die noch einige Monate haltbar waren, aber die wohl keiner mehr kaufen wollte, weil viele wohl denken, dass Ostereier aus Schokolade nur zu Ostern gut schmecken. Dertlige Produkte sind aber eher seltener, weil haben die Tankstellen ja meist kleinere Mengen auf Lager und das Mindesthaltbarkeitsdatum ist bei denen recht großzügig, sodass die selten aussortiert werden müssen. Sowohl bei der Tankstelle als auch beim Bäcker waren alle Produkte qualitativ in Ordnung. Bei belegten Wecken kann es natürlich mal passieren, dass zum Beispiel der Käse am Rand etwas hart wird, weil die Brötchen eben den ganzen Tag in der Auslage waren, die werden ja morgens zubereitet. Wirklich störend fand ich das nicht, die waren ja die ganze Zeit gekühlt, also gesundheitlich ohne Bedenken essbar. Das ist wie wenn es im Kühlschrank mal passiert, dass man die Käsepackung nicht ganz zumacht, dann wird da halt auch mal so eine Ecke ein bisschen härter. Der Käse an sich ist trotzdem noch vollkommen okay. Der Supermarkt ist hier im Umkreis noch vergleichsweise neu. Er bietet verschiedene Überraschungstüten. Die Kühltüten enthalten zum Beispiel Joghurts, Pudding, Fleischsalat, Aufbackbrötchen, Smoothies, Gnocchi, Quark, Buttermilch, teilweise auch fertig zubereitete Produkte wie Sandwich und sowas, frische Nudeln, Brotaufstrich, Milch, Käse, sowohl als Aufschnitt als auch mal zum Aufbacken im Backofen und ähnliches, was man eben aus der Kühltheke im Supermarkt kennt. Ist auch am ersten mit der Schnäppchen-Ecke im Supermarkt vergleichbar. Da bieten ja manche Läden das an, dass wenn Lebensmittel bald ablaufen, kommen sie dann in so eine Ecke und werden vergünstigt verkauft. Von der Mischung der Inhalte kann es durchaus sein, dass ihr gerade bei günstigeren Produkten auch mal ein bisschen mehr bekommt. Zum Beispiel beim Bäcker etwa eine Tüte mit sechs Kaiserbrötchen. Aber es wurde bei mir immer darauf geachtet, dass eine Tüte nicht komplett einseitig gefüllt ist, also nicht zum Beispiel eine Bäckertüte nur mit Kaiserbrötchen, sondern immer noch etwas Abwechslung dazu, sprich einige Kaiserbrötchen, aber halt dann irgendwie noch Brezeln oder Baguette oder andere Sachen. Wenn eure Überraschungstüten noch nicht vorbereitet sind, dann fragen manche Bedienungen sogar, ob ihr zum Beispiel lieber Süßes oder Salziges da drin haben möchtet oder bestimmte Produkte bevorzugt bzw. meidet. Einen Anspruch darauf habt ihr aber nicht. Ihr solltet daher nicht so fordernd auftreten wie bei einem normalen Einkauf, wo ihr dann sagt, ich möchte gern drei Brezeln, fünf Brötchen, einmal Brot und so weiter. Wenn ihr mit denen ein bisschen ins Gespräch kommt, die vielleicht euch dann auch kennen, wenn ihr öfter mal dort seid und die dann freundlich fragt, dann lassen einige durchaus mit sich reden. Meiner Erfahrung nach schmeißt kein Verkäufer oder keine Verkäuferin gerne gute Lebensmittel weg. Genau das müssen die ja dann am Abend machen, wenn die alles einsammeln. Deswegen sind viele eher froh, dass ihr kommt und die rettet, dass sie eben weniger oder im besten Fall sogar gar nichts wegschmeißen müssen. Die generelle Vielfalt hängt stark von eurem Wohnort und den Betrieben, die dort im Umfeld teilnehmen, ab. Derzeit bekommt man in meiner Umgebung zum Beispiel leider keine warmen Gerichte. Den kompletten Tag lang uneingeschränkt davon zu leben ist daher derzeit nicht möglich. Doch man kann schon ziemlich vieles abdecken. Der Wocheneinkauf ist definitiv deutlich kleiner geworden. In Richtung der Großstädten sieht es schon jetzt deutlich anders aus. Dort ist das Angebot größer und man kann vielseitiger aus zum Beispiel auch Restaurants und Imbissbuden auswählen, sodass man dort sicherlich mit ein bis zwei warmen Mahlzeiten am Tag von Too Good To Go sogar großteils leben kann. Lohnt sich das? Diese Frage kann man von zwei Seiten sehen. Die eine rein finanziell und die andere im Sinne der Sache, also man möchte Lebensmittelabfälle aktiv reduzieren. Für die letzte habe ich mit verschiedenen Verkäuferinnen in den Läden gesprochen. Beim Bäcker zum Beispiel werden unabhängig von Too Good To Go Brote vom Vortrag 50% günstiger angeboten. Danach werden nur die reinen Brotsorten wiederverwendet, zum Beispiel für Semmelbrösel. Mit rein meine ich hierbei Brot, das keine weiteren Lebensmittel enthält, wie zum Beispiel Nüsse, Karotten oder Körner. Solches Brot wird ebenso wie alle anderen Produkte entsorgt. Also Brezeln, Laugenstangen, Belegtewecken, Kuchen und so weiter, das kommt alles in den Müll. Zwar landet je nach Betrieb nur ein Teil der Reste in Too Good To Go, in einem Geschäft haben zum Beispiel die Verkäuferinnen die Auflage, von jedem Produkt mindestens eines bis Ladenschluss, also bis Ende vorrätig zu halten, falls doch noch ein Kunde kommt und das kaufen möchte. Selbst in dem Fall ist man als Nutzer hier aus meiner Sicht definitiv Teil der Lösung statt des Problems, weil man ja dazu beiträgt, diese Abfälle schon deutlich zu reduzieren. Finanziell habe ich vor Too Good To Go so ein bis maximal zweimal die Woche Brot beim Bäcker gekauft, teilweise auch nur ein halbes Brot, dazu gelegentlich noch ein paar Brötchen oder auch Brezeln. Das waren dann so ungefähr 10, allerhöchstens 15 Euro pro Woche. Mit den Too Good To Go Tüten war das im Verhältnis zur Menge schon deutlich weniger, also da habe ich weniger wie 10 Euro ausgegeben und deren Inhalt an Lebensmitteln war größer. Dafür konnte ich es mir aber eben nicht raussuchen, das heißt ich habe dann statt Brot auch mal Brötchen gegessen oder mal ein Brot, das ich jetzt so von mir aus nicht unbedingt im Laden gekauft hätte. Mit süßen Sachen und Kuchen ist die Tüte relativ schnell gefüllt und da kann es dann manchmal passieren, dass in einer Tüte mal weniger Brot und Brötchen drin sind und man vielleicht doch eine Tüte mehr bestellt, damit man eben dann das hat, was man braucht. Es gleicht sich teilweise auch ein bisschen aus, weil manchmal hat man in der Tüte ein riesiges Brot, das reicht dann die komplette Woche. In anderen Tüten ist dafür keins drin. Dafür entdeckt man halt auch neue Sachen, ich habe es eben schon so erwähnt, manchmal sind Sachen drin, die man jetzt selber nicht im Supermarkt kaufen würde, aber wenn sie eben in der Tüte drin sind, dann hat man sie ja schon, dann probiert man sie doch mal und merkt tatsächlich bei manchen Dingen, dass die durchaus gut sind und man die auch später beim normalen Einkauf vielleicht mal mitnimmt. Mittlerweile habe ich das Ganze ausgebaut und eine Gruppe, also eine Chatgruppe für Nachbarn und Familienmitglieder in der Nähe gegründet. Regelmäßig holen wir neue Tüten, posten dann in die Gruppe, was da drin war und verteilen das dann. Das ist nicht nur bequem für die Mitstreiter, manche vertragen zum Beispiel keine Früchte, andere essen sie gerne, so kann man die Lebensmittel entsprechend der Präferenzen austauschen. Die Nachbarn freuen sich dann auch, wenn man vorbeikommt, denen die Sachen übergibt, vielleicht noch ein paar Sätze mit denen redet, also das ist zumindest aus meiner Sicht keine Sache, wo man jetzt rein aufs Geld gucken sollte, sondern da geht es auch noch um andere Dinge. Die Rückmeldungen waren bisher alle positiv, manche haben sich erstmal erschrocken gezeigt, dass solche Lebensmittel, die ja vollkommen in Ordnung sind, überhaupt weggeschmissen werden und dann eben die großen Mengen, also dass das wirklich Massen sind, von denen man bei uns ja auch bloß einen relativ kleinen Teil sieht und teilweise frieren wir dann, falls noch Reste übrig bleiben, das auch ein, damit eben möglichst nichts weggeschmissen werden muss. Die allererste Tüte, die habe ich am 29. Dezember 2021 gebucht und abgeholt. Zum Stand dieses Beitrags haben wir zusammen insgesamt 636 Dukur-Überraschungstüten bei verschiedenen Betrieben über einen Gesamtzeitraum von gut acht Monaten gerettet. Weil das nicht immer bei jedem gepasst hat, haben wir das inzwischen auf drei Handys aufgeteilt. Das klingt jetzt alles super, aber es gibt auch ein paar Punkte, die mir nicht so wirklich gefallen. Während der Pandemie hat ein Betrieb öfter mal die Öffnungszeiten verändert und teilweise auch sonntags geschlossen. Diese Änderungen, die kamen nicht immer bei Togutogo an, sprich die haben früher zugemacht, aber in der App stand eben noch der alte Zeitpunkt. Ziemlich ungünstig, falls dann der Laden geschlossen ist, aber selbst wenn nicht, kann man die Tüte gar nicht holen, weil das Zeitfenster ja erst später läuft und davor kann man die Abholung nicht bestätigen. Ich habe das teils zufällig morgens auf dem Weg zur Arbeit entdeckt und dann Togutogo gemeldet, wurde dann auch zeitnah korrigiert, aber irgendwie haben wir das selber nicht so ganz hinbekommen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, denn Togutogo sagt, sie sind darauf angewiesen, dass der Betrieb das ihnen meldet. Der Betrieb wiederum hat gesagt, sie haben es gemeldet, aber Togutogo wird es nicht nachtragen. Für mich nicht nachvollziehbar, weil da jetzt wirklich das Problem ist. Mittlerweile tritt das nicht mehr auf. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das daran liegt, dass der Betrieb seine Öffnungszeiten in letzter Zeit nicht mehr anpasst oder ob die wirklich auch dieses Kommunikationsthema in den Griff bekommen haben. Dann fehlt mir für die Reste der Reste sozusagen ein bisschen die Flexibilität. Gelegentlich kam es vor, dass entweder Leute ihre bestellten Tüten nicht abholen oder im Laden mehr übrig war, teils deutlich mehr, als man in der App buchen konnte. Und das führt dann zu so Bildern wie am Anfang. Diese Theke wurde fotografiert, als schon die ganzen Tüten vorbereitet waren. Hätte ich dann gerne gesagt, ich würde noch ein paar mehr nehmen, dass ihr eben weniger wegschmeißen müsst. Nur man kann das nicht verbuchen. Die Verkäuferin kann es also nicht abrechnen. Bar geht auch nicht, weil ja alles über Togutogo läuft. Am Ende wollen also alle gerne, aber können nicht. Da geht es mir auch nicht darum, jetzt diesen Betrieb hier irgendwie an den Pranger zu stellen. Im Gegenteil, der ist ja noch gut dabei. Es gibt genügend, die gar nichts in der Richtung machen und der hat zumindest mal angefangen. Da ist man also auf einem richtigen Weg. Aber aus meiner Sicht sollten Togutogo und Betriebe zusammen das noch ausbauen. Die Menge an Resten, die ist halt teilweise einfach so extrem riesig, dass man da noch deutlich mehr machen kann. Aus technischer Sicht finde ich Datenschutz und Sicherheit hier ein großes Manko. Es gibt zum Beispiel keine wirklich datenschutzfreundlichen Bezahlmethoden. Man hat nur die Wahl zwischen Kreditkarte, Google Pay und eben direkt Paypal. Da man bei Google Pay entweder eine Kreditkarte oder Paypal hinterlegen muss, im Endeffekt nur zwei Bezahlmethoden. Und als Paypal wohl der mit Abstand fragwürdigste Kandidat? Die geben nämlich eure Zahlungsinformationen und Daten an etwa 600 fremde Unternehmen weiter. Die Nutzer werden also als Produkt vermarktet und haben schlussendlich keine Kontrolle mehr darüber, wer ihre Daten bekommt und was sie damit treiben. Da geht es mit dem Rest von der App nicht viel besser weiter. Exodus Privacy findet in der derzeit aktuellsten Version insgesamt 19 Berechtigungen. Ein paar sind sensibler und überhaupt nicht nachvollziehbar, zum Beispiel Zugriff auf die Kamera oder biometrische Hardware. Ich habe in der App keine Funktion finden können, wofür man diese Rechte braucht. Dann haben wir satte sechs Tracker in der App. Neben den üblichen Verdächtigen sind allein drei Dienste nur dafür da, um euch als Nutzer zu verfolgen oder Profile über euer Verhalten zu erstellen. Das finde ich schon ziemlich dreist, vor allem wenn man mal überlegt, das ist jetzt keine werbefinanzierte App wie jetzt irgendwie TikTok. Nicht mal die übertreiben es so sehr, aber hier bei Too Good To Go bezahle ich ja als Nutzer für das Produkt und will daher nicht selber vermarktet werden. In der Stöbelnansicht kann ich oben per Knopfdruck verschiedene nützliche Filter auswählen. Meistens filtere ich darüber die ausverkauften, denn wenn ich die App aufmache, dann möchte ich ja meistens eine Tüte reservieren und kaufen. Seit einem Update wird dieser Filter aber nicht mehr gespeichert. Schon beim Navigieren in der App fällt er immer wieder raus, das heißt das erste, was ich meistens mache, ist erstmal von Hand diesen Filter setzen, wenn ich die App starte. Nervig, insbesondere weil man Too Good To Go offiziell nur über diese App nutzen kann, nicht über das Web. Das finde ich nicht nur prinzipiell schlecht, sondern damit die Freiheit der Nutzer einschränkt. In der App fehlt auch eine gescheite Möglichkeit, wie man sich für eine bestimmte Tüte zu Benachrichtigungen anmelden kann, wenn die verfügbar ist. Es gibt nur so generische und dazu sind halt manche Tüten nicht immer verfügbar, sondern bloß sporadisch und dann teilweise auch noch in geringeren Mengen. Immer wieder muss man also das Handy zücken, entsperren, App öffnen, Filter setzen, wie eben beschrieben und die Liste durchscrollen. Wenn man eher am PC sitzt, ziemlich nervig, da hätte ich lieber das Ganze in einem Browser-Tab, wo ich mir das einfach mit zwei Klicks angucken kann, vielleicht auch ein kleines Grease-Monkey-Skript oder so schreibe, das mir das automatisch prüft. Ich beobachte den Bereich schon länger und daher kann ich euch hier mal noch ein paar Alternativen nennen, mit denen man Lebensmittel retten kann. Zum einen die Schnäppchenregale im Supermarkt, das gibt es seit einiger Zeit vermehrt, weil die eben gemerkt haben, da kann man statt das zu entsorgen und Geld zu bezahlen noch ein bisschen Geld verdienen, wenn man Lebensmittel, die bald ablaufen, günstiger anbietet. Ich habe halt nicht den Vorteil, dass ich vorher weiß, ob überhaupt was da ist, kann sein, ich komme rein, es gibt fast nichts oder das Regal ist voll, eben nicht wie bei Togo2Go, wo immer angezeigt wird, heute gibt es fünf Tüten zum Beispiel. Per Foodsharing holen Ehrenamtliche, meist größere Menge an überschüssigen Lebensmitteln von den Unternehmen ab und verteilen diese kostenfrei an offene Regale, Kühlschränke und andere Orte zum Teilen. Hier steckt kein Unternehmen dahinter, das ist gemeinnützig über einen Verein. Auch relativ neu ist die Idee von Cafés oder Läden, die nicht primär Geld verdienen möchten, sondern Lebensmittel retten. Der Good Food zum Beispiel betreibt mehrere Geschäfte in Köln, die Nahrungsmittel verkaufen, die ansonsten im Müll landen würden. Die Kunden, die können bezahlen, was sie für richtig erachten. Bei der Raupe Nimmersatt in Stuttgart kann man kostenfrei Lebensmittel entnehmen. Getränke werden auch angeboten, die man zu einem selbstbestimmten Preis dort bekommt. Ergänzend gibt es noch kulturelle Angebote, wie zum Beispiel Konzerte. Das sind nur zwei Beispiele, je nachdem wo ihr wohnt, gibt es da noch mehr, da könnt ihr bei Interesse mal schauen. Ich hatte mich davor mit dem Thema schon beschäftigt, aber wenig konkreten Bezug, es gab diese abstrakten Zahlen und eben gefühlt wenig Möglichkeiten. Mit bewusster Einkaufen und regelmäßig schauen, was bald verdirbt, damit man das eben aufwärtsen kann, da wird das Leben mit schnell ausgeschöpft. Too Good to Go ist da noch ein Schritt weiter und das ist vor allem konkret, da kann jeder relativ einfach überschüssige Lebensmittel finden und sie verwerten. Dafür bezahlt man, womit man aber eben auch auf der anderen Seite den Betrieben erst den Anreiz gibt, damit sie diese direkte Vermittlung an die Privatperson übernehmen. Von der Umsetzung bin ich leider eher enttäuscht. Die App hat schon einige Mängel, gerade hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz. Dann hat man sie teilweise auch verschlimmbessert mit Detailfunktionen, also das geht deutlich besser. Finde ich schade, weil ich das Konzept an sich überzeugend finde und durch diese Mängel die App daher nur eingeschränkt und mit Vorsicht empfehlen kann. Ich hoffe, dass der Anbieter da mal noch nachbessert. An sich könnte Too Good to Go eine massentaugliche Lösung für ein Problem darstellen, das seit Jahrzehnten mittlerweile immer größer wird und angesichts der steigenden Umweltprobleme nicht länger ignoriert werden sollte. Hier sehe ich noch viel ungenutztes Potenzial. Wie ist eure Meinung dazu? Hat es euch überzeugt? Habt ihr es vielleicht schon ausprobiert? Schreibt es gerne zu uns auf YouLab's Deans Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.